guten morgen mädels und jungs willkommen zu einem neuen video von eddie und seiner karte wir sind heute nach krems unterwegs da wir dort einen kollegen treffen und die strecke unserer ausfahrt einmal abfahren ja also ich veranstalte eine ausfahrt mit meinem kollegen natürlich und natürlich fahren wir die vorher ab damit es keine überraschungen gibt wie baustellen sperren oder sonst irgendetwas und ja ich werde natürlich bei dieser proberunde dann einmal ein wenig mit filmen und euch die schöne und euch die schöne landschaft zeigen von Niederösterreich und zwar aus dem Waldviertel und aus dem nördlichen Waldviertel links von uns links von uns bis jetzt der größte Truppenübungsplatz Europas zweimal der größte der Welt und zwar Allendsteig und hier sieht man auch schon einen Posten ich wollte durch die Düppelstraße fahren aber die war leider gesperrt denn es dürfte eine Übung geben und dann ist der Balken über die Straße und ein gelbes Licht und dann ist absolutes Fahrverbot und das würde ich auch beachten also natürlich kommt man mit dem Motorrad an den Balken vorbei aber erstens ist dort ein Posten und also ein bemannter Posten und zweitens wenn die Straße gesperrt ist kann es sein dass natürlich über die Straße geschossen wird erstens und zweitens wenn die Straße gesperrt ist kann es natürlich auch ganz leicht sein dass der Panzer die Straße quert und das macht er dann ohne zu schauen und ja was soll ich euch sagen Motorrad gegen Panzer oder Auto gegen Panzer ist eigentlich irrelevant weil die 30, 40 oder mehr Tonnen die lachen einfach darüber wenn da 300 Kilo Motorrad oder vielleicht zwei Tonnen Motor äh Auto kommen also das ist eine der schlechtesten Ideen die man hat dann einfach vielleicht versuchen über eine Seitenstraße hinein zu kommen wir kommen trotzdem rechtzeitig und ja wir werden halt wie der Name schon sagt Waldviertel viel durch bewaldetes Gebiet fahren und lassen uns einfach die Gegend ein bisschen ein bisschen auf uns wirken und genießen sie und ja ähm verbraucht zur Zeit 3,8 Liter ähm das ist beim Pendeln das heißt Autobahn und Bundesstraße natürlich überhole ich wenn die Möglichkeit besteht und ja ich schätze mal bei der Rundfahrt bei der Ausfahrt werden wir das noch toppen aber aber sonst bin ich mega zufrieden mit der Kati denn äh der Mindestverbrauch den ich bis jetzt hatte bei gemütlicher Fahrt war ein 3,3 Liter so und da wenn ich durch den Düppel fahren durch die amerikanische Straße die geht wirklich nur geradeaus und man sieht das Ende nicht das ist wunderbar müssen wir jetzt natürlich hier die Zwettler Umfahrung fahren und ja ist halt neben dem dass wir einen kleinen Umweg gemacht haben prinzipiell ein wenig schneller gut dann später etwas mehr so fahren wir mal ein Stück Strecke ab und dann auch die schöne Gegend an wir hatten schon ein paar schöne kleine kurvige Straßen aber natürlich geht nicht alles nur kurvig dahin und jetzt sind wir schon in Ottenschlag und natürlich nach Ottenschlag wird es interessanter also dann später etwas mehr und da wieder draußen und all dies unterwegs ich glaube es waren alte Buch oder so irgendwas ja schauen wir noch dass man den LKW hinter uns bringen ja und so eine Situation ist natürlich cool Schalterautomat dass man auch unter Volllast zurück schalten kann denn wenn es einmal schnell gehen muss dann einfach zurückschalten so ein bisschen gemütlicher fahren ich muss noch auf meine Kollegen warten dann dann ich schon da Okay. Ah, ist einfach herrlich, oder? Ich liebe diese Gegend. Dann bis später. So, jetzt fahren wir schon gemütlich. Die Waldstrecken. Am besten schon mal die Straßen aus. Und genießen auch die herrliche Landschaft. Und links abbiegen. Und links abbiegen. Und links abbiegen. Natürlich ist es echt herrlich hier zu fahren. Upsi. Ja, ich habe meinen Spiegelglas verloren. Keine Ahnung warum. Ich muss dann einmal am Video schauen, ob man da was sieht. Ja. 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 Wie auch immer. Dann werde ich mal mit meinem KTM sprechen diesbezüglich. Aber ich lasse natürlich meine Freude auf Motorrad fahren. Deswegen nicht schwinden. und wir genießen weiterhin die Strecke. und ja. 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 Und jetzt sind wir unterwegs zur Mittagspause. Ja. 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 Genau. Ja. 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 Wahrscheinlich sucht er etwas. Und ja, sie ist wunderschön zu fahren, ich liebe sie. Und ja, ich habe natürlich nur mehr Bruchteile von meinem Spiegel gefunden, keine Ahnung was da war, aber da ist weg. Und ja, ich habe nur was da auf der Hand oder so gespürt und ich habe dann geschaut und fahre auf einmal der Spiegel weg. Na gut, werde ich natürlich bei meinem KTM Händler mal nachfragen, was da so los ist. Aber bis dahin genieße ich mal einfach die Gegend und ja, natürlich, die Strecke kenne ich sehr gut. Da ist ja nett zu fahren und auch für zum Beispiel Chopper oder so, weil die Kurven nicht wirklich sehr eng sind. Man kann da schon gut einfach seine 100 bis 120 gemütlich durchfahren. Und ja, jetzt sind wir wieder neben dem Düppel, wie bei der Anfahrt. So mussten wir auch herfahren, weil der Düppel gesperrt war. Und ja, sonst gibt es eigentlich nicht wirklich viel. Bis auf, dass wir nach der Ortschaft dann etwas rufigere Strecke wieder haben. Wobei wir haben die Ortschaft und dann noch einen Bahnübergang. Bei Bahnübergang ist eine Stopptafel und... Nur es bleibt keiner stehen. Bundesheer schon gar nicht. Bundesheer schon gar nicht. Musik Musik Ich hoffe, ihr genießt die Strecke so wie ich und habt Spaß am mitfahren und hier vorne ist die Kreuzung, an der wir von rechts herauf gekommen sind und hätte ich gewusst, dass der Düppel gesperrt ist, wäre ich gleich hier gefahren dann hätte ich mir den Umweg erspart und von hier aus lässt sie sich wirklich wunderschön fahren Ja, einsteig hier recht Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis später. Wieder auf einer schönen, gewundenen Straße. Mittagspause ist vorbei und jetzt geht's gemütlich weiter. So, nach dem Mittagsschmaß machen wir uns auf zur Rückfahrt. Und wieder durch eines der idyllischen Dörfer. Und zu Ende. Ja, bei KTM habe ich mich gemeldet. Mit einem Händler. Er hat gesagt, eigentlich ist noch nie passiert, dass ein Spiegel verloren geht. Also, das ist klar, aber er schaut sich das gerne an. Nur da ich ja heute noch auf der Runde bin, fahre ich dann auch morgen hin. Und mal sehen, was er sagt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auch nicht gesehen. Vielleicht hat er einen Sprung bekommen und ist er herausgefallen. Ich habe echt keine Ahnung. Also, irgendwie kurios, aber wie auch immer. Also, mir wäre nicht aufgefallen, dass ich irgendwas berührt hätte oder sonst irgendwas. Aber, ja, es ist halt so. Weg ist weg. Und, ja, gemütliche Runde. 4,1, 4,2 Liter. Ja, gut, okay. Wir sind natürlich auch ein bisschen flotter gefahren. Wir haben gesagt, wir fahren natürlich nicht um neun weg. Wir fahren erst um zehn weg. Wir wollen natürlich auch etwas flotter fahren. Zu zweit geht das ja auch viel schöner als in der Gruppe. Weil die Gruppe reist natürlich auseinander. Dann ist vielleicht jemand dabei, der nicht so oft fährt. Eine Spur langsamer fährt. Oder vielleicht auch Jobberfahrer, die nicht so eine Schräglage fahren können, wie manche Straßenmotorräder. Und, ja, natürlich auch vormittags schon eine Stunde Pause gemacht. Jetzt über eine Stunde Mittagspause. Ja, das muss einfach sein. Gemütlich unterhalten. Pläusche machen. Und, ähm, natürlich auch in Ruhe schmausen und trinken und genießen. Das gehört alles dazu zum Motorradfahren. Und, ja. Jetzt geht's wieder gemütlich zurück. Diese Strecke ist natürlich nicht so kurvig, wie die Strecke beim Heerfahren. Aber, landschaftlich einfach wirklich extrem toll. Schön. Viel Wald. Und, ähm, Felder. Kleine, idyllische Dörfer. Mit Bauernhöfen. Also, ja. Einfach nur herrlich. Traumhaft zum anschauen und zum durchfahren. Ja, das ist es mal. Ich habe es natürlich ein bisschen eingeschaltet für euch und ihr könnt mich noch ein schönes Stück begleiten mit ein bisschen Musik. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja Leute, das war's. Mir bleibt eines zu wünschen, eine unfallfreie Saison 2019. Und natürlich nur noch eines zu sagen, wie immer, oben bleiben. Untertitelung. BR 2018